Wir messen an normalen Jahren überhaupt nicht befriedigend. Wir messen um Weihnachten herum, also mit einem wichtigen Einbruch, aber auch mit der Erwärmung. Es geht unter, der Scheitelpunkt der Immersion ist erreicht. Vor diesem schwierigen Umfeld sind die verbesserten Wachstumsaufsichten wirklich beachtlich. Die deutsche Wirtschaft hat sich als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Energieintensive, weit schon im Sternprogramm, der sich abschließt, im letzten um Weihnachten herum, also ohne Fragen mit den persönlichen Daten, um. Die schrittweise Erholung, die wir schon in dem ersten Quartal gesehen haben, setzt sich fort. Sie betrifft sowohl die Produktionszahlen wie den Geschäftsklimaindex. Deswegen korrigiert die Bundesregierung ihre Prognosen für das Jahr 2023 nach oben, von 0,2 auf 0,4. Das ist natürlich gemessen an normalen Jahren überhaupt nicht befriedigend. Gemessen an dem, was wir noch im Winter des Jahres 2022, 2023 befürchten mussten, ist es ein deutliches Ausrufezeichen. Deutlich die Schwächen für eine dann noch schnellere oder wir sehen, dass die Investitionen